Hallo zu unserem zweiten Video-Special von Games in LEGO Style. Letztes Mal habe ich euch gezeigt, wie man mit dem LEGO Digital Designer arbeitet. Heute gehe ich das etwas professioneller an. Wir legen direkt los. Ich mache das heute ein bisschen gerafft. Bitte entschuldigt, aber sonst rennen wir uns die Zeit davon. Das ist Leocut, das andere Programm, von dem ich euch letztes Mal erzählt habe. Das ist die etwas professionellere. Sieht auch etwas biederer aus als LEGO Digital Designer. Dafür ist es Fanmade und es hat so einige Designmarken. Wie ihr seht, alles in Listen, alles sehr bieder. Da muss man sich eintüteln und es ist auch in Englisch. Da müsst ihr schon ein bisschen Englischkenntnisse von den einzelnen LEGO Steinen haben. Aber ich denke, mit leocut, dic.lego.org werdet ihr da ein bisschen Abhilfe finden. Das Platzieren der Steine geht wie im LEGO Digital Designer. Man wählt hier den einzelnen LEGO Stein aus. Wie ihr seht, ganz, ganz viele. Sie ist noch mehr als ein LEGO Digital Designer. Und zieht sie in den Editor hier. Was ich heute mit euch machen möchte, ist eine Solarlampe, wie man sie aus dem Garten her kennt. So eine Solarleuchte. Oder so eine Vorgartenleuchte. Wie ihr seht, ich fummle hier schon mit diesen 3D-Fühlern hier rum. Die richten sich im Gegensatz zum LEGO Digital Designer nicht automatisch aneinander an. Da muss man ein bisschen rumfummeln. Das ist zum Beispiel eine Design-Schwäche. Wenn man zum Beispiel die LEGO Steine drehen möchte, wird es noch komplizierter. Aber das lasse ich jetzt erstmal. Sonst wird es zu kompliziert. Ich möchte euch da nur kleine Kleinigkeiten zeigen, die euch dann motivieren sollen, auch mal zu basteln. Wie ihr seht, der hat gerade so gestanden. Die richtet sich nicht an der Höhe aus. Man muss hier mit den Z-Dimensionen ein bisschen arbeiten. Ctrl-Paste geht auch wieder. Dann ist das hier rot markiert. Das gepastete Teil. Und man kann es verschieben. Hier geht allerdings nicht, wie beim LEGO Digital Designer, dass man das automatisch an der Hand hält. Das muss man schon selbst auswählen. Da muss man aufpassen. Das ist nämlich eine Plate. Plate sind die flachen Steine. Schon mal ein bisschen LEGO Namenskunde. Ich nehme einen durchsitigen Orangen. Das werde ich euch gleich zeigen, warum. Und ich nehme eine Abdeckung. Eine große Round. Ein Dish Inverted. Das kennt ihr vielleicht aus so Space Sets von LEGO. Und voila. Ihr habt eine wunderschöne Lampe. Freistehend. Aber gut. Es soll ja auch erstmal reichen. Das, was LEGO Cut auszeichnet, ist, dass man hier die Sachen in ein 3DS-Format speichern kann. Das heißt, 3DS ist ein Programm, bzw. 3DS-Studios ist ein 3D-Programm, ein 3D-Render-Programm. Das geht aber auch mit Blender. Das hat nämlich auch denselben Format unterstützt. Wie hier das geht, zeige ich euch jetzt jetzt. Hier, Blender. Haha. Wer mit Blender noch nie gearbeitet hat, das ist ein Freeware-Programm, 3D-Programm. Ja. Leider auch alles in Englisch. Ich habe die deutsche Version nicht. Ich glaube, es gibt auch eine deutsche Version mittlerweile. Ich bin mir aber nicht sicher. Das ist hier das Default-Fenster. Und hier kommt dann dieses 3DS-Modell zum Einsatz. Hier kann man nämlich 3DS-Modelle einfügen. Zunächst hier dieser Liefer-Club einfach auf Entfernen. Und dann kommt hier so ein Pop. So. 3DS. Dann wähle ich meinen Ordner aus, wo ich das alles hingeplatziert habe. Und hier seht ihr die Lamp 3DS. Die importieren wir. Wir geben die Größe des ganzen Gebildes an. Das ist wichtig. Sonst wird es vielleicht zu klein. So. Und das seht ihr hier. Das ganze Zeug, was wir gerade gemacht haben, ist in Blender enthalten. So, wie wir es vorher gemacht haben. Jetzt nehme ich mir, das hier ist übrigens die Lampe. In diesem Fall ist es eine Lampe. Licht spielt eine elementare Rolle in Blender. Weil dadurch könnt ihr ganz coole Effekte machen. Nicht nur mit Licht. Sondern auch die ganze Beleuchtung hängt damit zusammen. Ja. Jetzt habe ich die Lampe hier drin gemacht. Wie wir es eigentlich erwarten würden. Die Lampe soll ja von innen leuchten. Wenn ich jetzt aber rendere, seht ihr. Oh. Kein Licht. Man sieht schon die erste Konturen. Aber es ist noch nicht fertig. Zumal die Kamera. Das mache ich jetzt mal schnell. Weil ein bisschen zu nah am Geschehen ist. Ja. Das müsste reichen. Das liegt daran, dass Blender ziemlich pingelig ist, was Materialoberflächen betrifft. Materialoberflächen kann man hier über das Panelmenü mit diesem runden Kreis anwählen. Hier seht ihr, das ist das Material. Quasi die Oberfläche des jeweiligen Steins oder Elements, was man im Blender hat. Um es durchsichtig zu machen und damit die Lampe scheint, muss man hier auf Ray Transparent klicken. Ja. Ihr seht hier. Woop. Von milchig auf durchsichtig. Das geht ganz easy eigentlich. Man muss sich auch mit Blender ein bisschen einarbeiten. Aber ich denke, das wird für viele von euch kein Thema sein. Ja. So. Jetzt seht ihr hier. Ray Transparent. Voila. Und wir stellen es auf Shadeless. Das heißt, dass es keinen Schatten auf sich selbst wirft, damit die Lampe auch schön nach außen scheint. Das Alpha hier zeigt an, wie durchsichtig das Material ist. Hier ist zum Beispiel die Farbe ganz weg und hier ist es ganz weiß. Wir nehmen hier so einen Mittelwert ungefähr. So. Mit Rechtsklick wählen wir auch jetzt hier das Orangene an. Wie ihr seht, der hat einen Orangenen. Dann machen wir dasselbe jetzt. Wir machen Ray Transparenz. Stellen diesen EOR hoch. Wie ihr seht, das verändert sich hier ein bisschen. Es liegt quasi um die Lichtbrechung, kann man so sagen. So. Und wenn man nochmal draufklickt, sieht man irgendwann auf die Lampe, die ich hier innen drin habe. Also Blender ist nicht so fies, dass es sagt, ich kriege nur das, was außen ist. So. Hier habt ihr eure Lampe. Hier sieht man, hier gibt es Fehlstiftien. Real. Hemisphäre. Hemisphäre wäre ein bisschen blöd. Das wäre dann jetzt ein Horizont. Das ist dann für generelle Beleuchtung notwendig. Wir schalten den Ray Shadow aus. Erstens, weil es dann zu lange dauern würde zu rendern. Und dann zweitens, weil es Probleme gibt mit Innerbeleuchtung. Ich habe selbst nicht herausgefunden, wie es geht. Muss ich ehrlich gestehen. Mit Energy hier, gibt ihr an, wie stark die Lampe leuchtet. Ich nehme einen etwas höheren Wert. Als 1.1 ist Standard. Und die Distanz spielt keine Rolle in diesem Fall. So. Ich denke, jetzt habe ich alles eingestellt. Das hier ist durchsichtig. Der eigentliche Orange, was orange leuchten soll, auch. Und die Lampe ist auch eingestellt. So, jetzt schauen wir mal auf die F12. Mit F12 rendert ihr. Und wie ihr schon am Rand sehen könnt, voilà. Das ist das gerenderte Bild. Sieht doch schon anders aus, als in diesem biederen Vorschau. Und wie ihr seht, es leuchtet schön. Es wirft einen schönen Lichtfleck hier. Und die einzelnen und die beiden durchsichtigen Lego-Steine, die leuchten. Das sieht echt schön aus. Und solche geilen Sachen könnt ihr mit Blender machen und mit diesem Leo-Cut. Lego-Filmer verwenden das zum Beispiel, um große Lego-Skulpturen zu bauen. Ihr kennt es ja, ihr habt immer eine limitierte Anzahl von Lego-Steinen. Ihr seid denn, ihr arbeitet bei Lego. Und dann nehmen die dieses Leo-Cut hier, bauen die großen Raumschiffe oder sowas und rendern es dann in Blender. Das sieht dann quasi so hier, so plastisch aus wie hier. Also da kann man schon gute Illusionen schaffen. Manchmal erkennt man gar nicht mehr, ob es echtes Lego ist oder nicht. Ihr könnt gerne hier rumfummeln mit Blender. Ihr könnt in Blender nichts kaputt machen, das ist der große Vorteil. Ihr könnt hier rumspielen, wie ihr möchtet. Und ja, ich dreht den Rotwert hier, also es wird nach Rot-Gelb-Rot-Grün-Blau gerät. Dreht den Rot weg, dreht den Blau weg. Und voilà, ihr habt einen ganz bizarr aussehenden Neon-Blau-Look. Das geht alles. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Da ist eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass ihr mir im Forum auf tendo.de etwas davon zeigt, dass ihr etwas hinbekommt. Das teile ich euch nicht ab. Das traue ich euch zu. Auch wenn das Tutorial hier etwas rasend vorbeigeht, das liegt einfach an der 10-Minuten-YouTube-Sperre. Ich hoffe, mein Tutorial hat euch gefallen. Und ihr habt eindrucksvoll sehen können, was für geile Sachen man mit Blender und mit dem bestimmten Programm LeoCut anstellen kann. Ich weiß nicht, ob ich nochmal ein Video machen werde. Je nachdem, wie ihr es möchtet. Schreibt einfach in den Comments, ob ihr es gut fandet, ob ihr es schlecht fandet. Was ihr vielleicht in der nächsten Ausgabe besser finden würdet. Was ich vielleicht mal machen sollte. Ja, schreibt einfach eure Comments und eure Gedanken über dieses Video in die Kommentare auf YouTube oder auf tendo.de. Das war es von meiner Seite aus. Zurück ins Studio. Bis dann. Und mach rein. Vielen Dank.